Achala Natasana ist die Stellung des Meisters der Unbeweglichkeit. Chala heißt Bewegung, Achala unbeweglich. Ein Natha ist ein Meister. Und ein Meister ist in der Lage, seinen Geist unbeweglich zu machen. Und Achala Natasana soll dir helfen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Es gibt verschiedene Variationen von Achala Natasana. Eine Grundstellung davon ist der Lotus. Du setzt dich hin, du gibst erst den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, dann den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Und zwar so, dass die Fersen den Bauch berühren, wenn es geht. Wenn du den Lotus nicht kannst, kannst du auch jede beliebige andere Stellung nutzen, um mit geradem Rücken zu sitzen. Dann gibt es zwei Mudra-Variationen, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Eine Möglichkeit ist die Yoni Mudra. Du verschließt die Lippen, indem du ringkleinen Finger unter die Unterlippe und Ringfinger über die Oberlippe gibst. Du gibst ganz sanft den Mittelfinger an die Seite der Nase, insbesondere leicht oberhalb des Nasenflügels zur Nasenmulde. Du berührst mit den Zeigefingern sanft die Lider der Augen, insbesondere das obere Augenlid. Und du verschließt mit dem Daumen den Ohrknopf. Wenn du mir noch zuhören kannst, dann hast du jetzt den Ohrknopf nicht ganz verschlossen, was jetzt sicher sinnvoll ist. Und dann kannst du gleich das probieren, 1-2 Minuten lang so in der Stellung zu sein und die innere Stille genießen. Eine zweite Variation von Achalanathasana ist Karnamudra. Für Karnamudra schließt du die Ohrknöpfe nur mit den Daumen. Du drückst mit den Daumen auf die Ohrknöpfe, sodass du nichts mehr hörst. Auch das kann dir helfen, ganz nach innen zu gehen. Und du schaust dabei mit den Augen zum Punkt zwischen den Augenbrauen oder auch zur Nasenspitze. Du kannst dabei auch die Augen geschlossen halten oder du kannst die Augen öffnen. Und dabei eben hinschauen zu diesen Punkten und genieße dann Achala, die innere Ruhe, die Ruhe des Geistes, die dir hilft, zu Natha, zur Meisterschaft.